Der Double Dragon Slot Hi, hier spricht Frenkie von den Casino News. Heute stelle ich euch den Double Dragon Slot von Iktrasil Games vor. Das Spiel besticht durch exzellente Videoanimationen und großartigen Sound und es verspricht vor allem eine Menge Spaß. Es ist auf Desktop-PCs und mobilen Geräten gleichermaßen gut spielbar. Betrete das Reich des Double Dragons, wo dir die Gewinne in die Klauen fallen. Dabei helfen Stapeln von 8 bis 28 Wilds. Stoße auf die Gewinnzonen herab. Ein Drachenkopf an der Spitze bringt einen Extra-Bonus. Wenn der rote Drache Feuer spuckt, gibt es zwei oder drei weitere Wilds. Jeder blaue Drachen bringt dir einen coolen zweifachen Multiplikator. Großartige Kombinationen sorgen für große Gewinne. Vier Gewinne in Folge entfesseln den furchtbaren Double Dragon den doppelten Drachen. Sammle Drachenköpfe, um Freispiele zu bekommen. Bei den Freispielen befreit sich der Drache nach zwei Gewinnen. Spere Jessica 1 Bet IM Gott Beide E Ab C der Dein Mut zahlt sich aus. Dich erwarten große Gewinne mit der Double Dragon Slot Machine. Auf Online Casinos Bits kannst Du dieses Spiel und viele andere kostenlos und unverbindlich testen. Hat Dir dieses Video gefallen? Dann like es, gib ihm einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal, damit Du als erstes informiert wirst, wenn es was Neues oder Interessantes in der spannenden Welt des Online Gamblings gibt. Besten Dank für Deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Video.